So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei RCCT Stöpsel. Heute 1 zu 8 Nitro GT. Ja, ich glaube heute mal eine schöne Klasse. Ich habe von den zwei Caros den Porsche gewählt, weil ich finde der sieht immer ein bisschen besser aus. Und vom Fahrbild an ich auch relativ schön. Und ja, wirklich zu empfehlen mal zu fahren und ich würde sagen, ich starte mal. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Heute, wie die letzte Folge hat schon gesagt, dass hier nochmal etwas kürzer wird und das nächste Video wieder in zwei aufgeteilt werden muss. Das habe ich vor, weil da wieder das Video etwas länger wird. Und ja. Also das ist hier halt jetzt auch die Stock Variante. Die Modified Variante ist auch nicht viel was schneller. Also das fällt gar nicht so viel. Da kann man auch zwischen der und der anderen Caro nochmal ausprobieren. Die andere Caro lenkt etwas mehr. Das ist immer je nach Fahrrad, den man es gerne hätte. Also jetzt gerade hätte ich gerne etwas mehr Lenkung. Dadurch, dass ich vorher den Track gefahren bin, der hätte mehr Lenkung. Aber ich finde, das ist vom Fahrbild her eine sehr schöne Klasse. Ich glaube, die Leute, die, ich glaube letztes Jahr war das, bei der Hub E-Challenge dabei waren und diese Porsche Klasse gesehen haben, da sind zwar nicht viele mitgefahren, aber ich fand das auch eine sehr schöne Klasse, weil es vom Fahrbild her sehr schön war. Und die Autos waren nicht schnell, aber dadurch war das Fahrbild umso schöner und schade, dass es so schlecht angenommen war. Die Zeiten sind hier auch etwas langsamer als im GT. Ja, als im Track. Aber ich glaube, mit ein bisschen fahren wird auch das schneller. Also ich fahre hier wieder 10 Runden, aber etwas langsamer. 10 Runden in 8. Und bevor mit dem Track, wer die Folge da gesehen hat, bin ich 10 in 6 gefahren und 12 3. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich hier auch schon, ja, da war ich auch schon schneller. Ja, heute nochmal wieder ein kurzes Video und nochmal danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei RZZT Stapsel.